so weiter geht's und let's go vier unten keine zeit für tee time hier in silverstone es ist renntag was denkst du christen ich schätze manche fahrer ok darauf kommen wir gleich zurück denn jetzt geht es los auf 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 und solch eine kümmerung gottse dank Dankeschön. Danke, du Arsch. Ich glaube, du hast jemanden müde gemacht. Seine Runde 2 etwas schneller. Wir sind weit hinten. Ja, natürlich war ich immer rum. Ja, natürlich war ich nicht. So, schön außen vorbei. Ich habe mir vor die Nase gezogen. Runde 3, Liga in Zanzo. So. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Ja. So, vor die Spitze. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Okay. 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 So, dann haben wir es auf Seiten und doch irgendwie gewollt. So, Renn Nummer 2. So, wenn es überhaupt einen zweiten Renn gibt. Ja, gibt es einen letzten Renn. So, dann haben wir es auf Seiten und dann haben wir es auf Seiten und dann haben wir es auf Seiten. So, beide vorne, jawohl. Du bist zur Zeit in Topform, viel Glück. So, dann können wir uns kurz oder direkt absetzen. So, dann haben wir es auf Seiten und dann haben wir es auf Seiten. Dann haben wir es auf Seiten, nochmal. So, dann haben wir es aufpassen. So, dann haben wir es aufpassen und dann können wir es aufpassen. So, dann haben wir es aufpassen. So, dann sind wir es auf, also aufpassen. So, jetzt geht es direkt in Runde 2. Tolle erste Runde, du bist in Führung. Das sollte mal ein bisschen konzentriert bleiben. Du bist in Führung. So. Ja, die Tür funktioniert besser, wenn es regnet halt. Dann geht es jetzt gleich in die letzte Runde. Heute auch. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. So, dann müssen sie das jetzt gleich zum Ziel zurückgehen. So, dann müssen sie das gleich zum Ziel zurückgehen. So, dann müssen sie das gleich zum Ziel zurückgehen. So, geschafft. So, dann müssen sie das gleich zurückziehen. so 1 und 3 so und dann geht es morgen hiermit weiter und dann geht es morgen